Hallo, mein Name ist Kurt Söser und ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil dieses Webinars über Microsoft Teams. Im ersten Teil habe ich ein paar verschiedene Dinge aus der Praxis für die Praxis gezeigt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, das nachzuholen. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, Teams wirklich als Learning Management System einzusetzen und ich habe auch wieder einige Tipps aus der Praxis für dich. Kommen wir nun zum Aufgabenmanagement. Eines der zentralen Dinge eines Learning Management Systems ist es eben das Lernen zu managen und eben damit die Aufgaben sauber abzubilden. Es geht in der Schule nicht nur darum, immer nur über Kommunikation, Dateien und Inhalte zu verwalten, sondern eben auch diesen Prozess, den wir seit Jahren, ja ich würde schon sagen seit Jahrhunderten machen. Lieber Schüler, mach etwas, ich teile dir etwas aus, bearbeite es, gib mir das Ganze wieder ab. Ich setze darauf ein Feedback als Lehrer oder beurteile das sogar. Und diesen Prozess, dieses Aufgaben zu verwalten, für das gibt es eben Learning Management Systeme und nennt sich dann eben Aufgabenmanagement. Ich habe das Ganze hier nur als Reminder hier als Kanal geschrieben. Das Aufgabenmanagement funktioniert im Kanal allgemein und dort sehen wir schon, haben wir nicht nur die Registerkarten, Beiträge, Dateien, Kursnotizbuch, sondern eben auch Aufgaben und Grades, also das Notenbuch. Und als Lehrer werde ich da jetzt einmal draufklicken und die erste Aufgabe meinen Schülerinnen und Schülern zuweisen. Das heißt, diesen Prozess des Austeilens und Einsammelns werden wir jetzt einmal klassisch digital erledigen. Ich werde hier zwei Aufgaben erstellen und die erste Aufgabe wird ganz einfach so aussehen, dass ich hier eine Absammlung eines digitalen Arbeitsauftrages erwarte. Das heißt, ich schreibe hier einfach her, gib mir etwas digital ab und alles weitere werde ich dann später noch einmal genauer anschauen. Man kann hier auch Punkte vergeben. Das wäre natürlich ganz wichtig im Bereich des Beurteilungssystems und jetzt ganz schnell noch, ich kann das natürlich auch mit Fälligkeitsdatum versehen. Ich weise das Ganze mit einem Mausklick zu und dann passiert Folgendes, es wird auch ein Bot aktiviert, der Assignments Bot, der Aufgaben Bot und der postet das Ganze auch in den Kanal rein. Das heißt, ich sehe hier als Lehrer, beziehungsweise auch ganz wichtig als Schüler, Schülerin, dass diese Aufgabe bis Februar 15. erledigt werden soll und kann das Ganze dann auch wirklich als Schüler anschauen. Ja, ich habe mich hier als Schüler jetzt einmal eingeloggt in Microsoft Teams, bin also als Luke Skywalker gerade unterwegs, deswegen auch der schwarze Hintergrund und sehe, dass ich hier die Aufgabe bekommen habe, etwas zu tun im Kanal allgemein. Als Schüler sehe ich hier diese einfache Zusammenfassung. Ich kann hier sehen, okay, bis morgen ist das fällig. Ich muss etwas digital machen, fünf Punkte sind möglich und kann hier sofort meine Arbeit hinzufügen. Auch hier natürlich wieder die Möglichkeit, von meinem eigenen Gerät etwas hochzuladen. Ich habe sofort auch Zugriff auf mein OneDrive, kann aber auch eine neue Datei erstellen. Das heißt hier ein Word, PowerPoint und Excel, kann auf andere Teams zugreifen oder eben sogar einen Link abgeben. Ich werde das Ganze jetzt so machen, dass ich hier ganz einfach ein neues Dokument anfüge und zwar meine Ausarbeitung und füge das Ganze hinzu. Natürlich könnte ich jetzt noch draufklicken und das Ganze auch wirklich hier sofort bearbeiten. Also ich könnte hier meinen Aufsatz, meine Ausarbeitung, meinen Arbeitsauftrag, den ich erledigen muss, gleich direkt in Teams darstellen. Dazu dann später hier meine Datei. Braucht das Ganze natürlich auch wieder nicht speichern, sondern es ist automatisch immer sofort abgespeichert. Und ganz zum Schluss als Schüler gebe ich das mit einem Mausklick ab und ich bin gespannt, welche Animation heute kommt. Ja, es ist eine Rakete. Das ist immer was anderes. Ist auch ganz nett und selbst 18-jährige Schüler freuen sich über solche Dinge. Kehren wir wieder zurück in die Lehreransicht. Das heißt, der Lehrer kann jetzt hier unter Aufgaben nachschauen, wer hat denn schon etwas erledigt. Wir haben hier die erste Aufgabe, sehe auch einer von vier Personen haben das schon eingereicht. Bekomme auch noch zusätzlich die Möglichkeit, den Status einzusehen. Das heißt, hier sehe ich zum Beispiel, Sösagurt hat das Ganze erst angesehen und die anderen haben es noch nicht abgegeben, nur Luke Skywalker hat es abgegeben. Klickt da drauf, bin sofort in der Ausarbeitung von Luke Skywalker, sehe also, was hat der hier für Word-Dokument abgegeben. Kann ihm hier auch Feedback geben und die Punkte zuweisen. Er ist etwas dürftig, deswegen bekommt er nur vier Punkte. Aber damit kann ich diesen Prozess des Austeilens, Einsammelns und Feedback geben sehr beschleunigen. Das heißt, der Schüler bekommt jetzt auch automatisch, sobald ich hier auf Zurückgeben klicke, wieder eine Benachrichtigung. Die Aufgabe ist angesehen worden. Du kannst das Ganze sofort wieder öffnen und vielleicht sogar noch einmal einreichen. In dieser Übersicht habe ich auch die Möglichkeit, ganz rasch zwischen den einzelnen Schülern zu switchen. Das heißt, ich sehe auch, wenn sich etwas Neues tut, beziehungsweise habe auf einen Blick alle Dokumente beisammen. Was hier auch noch interessant ist, ist, dass hier sofort der Verlauf mit protokolliert wird. Das heißt, immer wenn eine Aktion gesetzt wird, wird es auch protokolliert. Wann das gemacht wird, ist in der Praxis sehr mächtig, weil ich dadurch auch sehe, wie intensiv sich die Kids mit dem Ganzen auseinandersetzen auf alle Fälle. Noch einmal zurück zur Aufgabenübersicht. Hier sehe ich es schon, ich habe eine Aufgabe benotet, werde vielleicht jetzt noch geschwind hier die restlichen Punkte verteilen. Gehen wir hier einen Punkt noch dazu. Kann es also auch hier gleich sofort an alle zurückgeben. Und dann ist die Aufgabe eigentlich bearbeitet, beendet. Sie erscheint auch nicht mehr hier unter zugewiesen, sondern unter benotet. Und so entstehen dann im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben und kann so meinen gesamten Unterricht sauber protokollieren, was die Schülerinnen und Schüler jeweils erledigen müssen. Ich werde jetzt noch eine zweite Aufgabe erstellen, ein bisschen langsamer, um noch auf ein paar Details einzugehen. Und zwar kann ich hier neben dem Titel natürlich auch noch Kategorien hinzufügen. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine Aufsatzarbeit. Das heißt, du musst hier einen Aufsatz schreiben, einen Text verfassen. Und in der zweiten Aufgabe werde ich kurz Folgendes machen. Fasse Star Wars in zwei Sätzen zusammen. Und dazu werden meine Schülerinnen und Schüler eben Ressourcen benötigen. Und das ist jetzt sehr wichtig und sehr in der Praxis sehr entscheidend, was man da als Ressource hinzufügen kann und soll. Nämlich, ich kann hier natürlich wieder von meinem Gerät Dinge hinzufügen. Das heißt schon Arbeitsblätter, die ich vorbereitet habe, in digitaler Form hier verwenden. Genauso natürlich aus meinem OneDrive heraus. Ich kann auch einen Link angeben, zum Beispiel zu einem YouTube-Video oder einem Audio-File, was auch immer, zu einer Webseite. Oder eben auch schon den Schülerinnen und Schülern ein Word-Dokument, in dem Fall, zur Verfügung stellen. Das heißt, hier soll dann die Zusammenfassung erledigt werden. Und dadurch wird jetzt für jeden einzelnen Schülern eine eigene Kopie vorbereitet, dieses Word-Dokuments. Und er kann dann sofort darauf arbeiten. Man kann verschiedenste Ressourcen hinzufügen. Man kann auch Ressourcen hinzufügen, die dann nicht bearbeitbar sind. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise noch geschwind meine Star Wars Excel-Datei hinzufüge, dann kann ich auch sagen, okay, diese Datei soll nicht bearbeitet werden. Ist also eine reine Read-Only. Dann möchte ich noch auf etwas hinweisen, was auch sehr mächtig ist in der Praxis. Nämlich dann im Zuge der Beurteilung. Ich kann auch Rubriken für die Beurteilung hinzufügen. Und ich habe hier eine vorbereitet, eine Textbeurteilung. Ganz, ganz einfach. Dann kann man das auch ein bisschen besser sehen, was ich da meine. Und zwar wird jetzt diese Zusammenfassung nach drei Kriterien beurteilt. Inhalt, Rechtschreibung und Grammatik. Das Ganze wird auch prozentuell angegeben. Und man kann verschiedene Ebenen in dieser Matrix dann darstellen. Also was ist sehr gut, mittel und schlecht und auch wieder Punkte zuweisen. Und dadurch wird das Ganze dann automatisch auch ausgerechnet und ausgewertet. Jetzt ist alles auf 100 Punkte dargestellt. Vielleicht machen wir hier nur 10 Punkte und dann wird es sauber auch ausgerechnet. Zum nächsten Punkt hätte ich hier noch die Chance, auch einzelnen Schülern oder mehreren Schülern diese Aufgabe zu stellen. Ich sage jetzt zum Beispiel nur Leo Organer, Luke Skyborg und Hans Hohler müssen diese Aufgabe erarbeiten. Hätte ich jetzt noch andere Teams zur Verfügung, das heißt, bin ich noch mit anderen Kursen unterwegs, dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, das Ganze sofort auch in andere Teams zu verteilen. Sprich, sehr mächtig, wenn ich jetzt mit Parallelklassen oder in anderen Klassen dieselben Arbeitsaufträge vergebe. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch das mit dem Datum ein bisschen genauer an. Ich habe hier die Möglichkeit, auch Zeitvorgaben zu machen. Das heißt, die Zuweisung erst für die Zukunft zu planen, ist dann sehr mächtig, wenn man zum Beispiel mit Wochenaufgaben arbeitet. Jeden Montag beginnt dann erst die Austeilung dieser Aufgabe. Also das ist sehr praktisch. Ich kann dann natürlich auch sagen, wann das Ganze fällig sein soll. Ich sage jetzt, bis Montag muss das erledigt sein und es gibt auch die Möglichkeit einer Nachfrist. Okay, bis Freitag um 18 Uhr soll das Ganze dann tatsächlich erledigt sein und dann wird es auch abgeschlossen. Man sieht dann aber auch immer sofort, welcher Schüler verspätet abgibt, weil es ja mitprotokolliert wird, wann er etwas macht oder wann sie etwas macht. Und nach diesem Abschlussdatum gibt es also absolut keine Möglichkeit mehr, das Ganze hochzuladen und abzugeben. Gut, ich werde das Ganze jetzt auch noch zuweisen. Das heißt, es werden jetzt im Hintergrund diese Dateien jeweils an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Und wir schauen uns dann noch ganz kurz das noch einmal an als Schüler, als Luke Skywalker, wie das Ganze für ihn dann aufscheint. Also, der Schüler Luke Skywalker hat hier schon wieder die Benachrichtigung bekommen. Er muss etwas erledigen und wenn er jetzt auf diese Aufgabe 2 klickt, sieht man eben diese Referenzmaterialien. Das heißt, er kann sich diese Excel-Tabelle hier anschauen, kann aber auch sofort seine Arbeit öffnen. Und das ist wirklich praktisch. Er braucht es nicht herunterladen, nicht zwischenspeichern, nicht irgendwo anders ablegen, sondern er kann hier direkt in Teams, in der Umgebung sofort zum Schreiben anfangen und sagt, Star Wars ist mein Leben, möge die Macht mit dir sein. Rufzeichen. Und dadurch hat er sofort die Möglichkeit, das auch zu bearbeiten mit verschiedensten Werkzeugen, die in der Word-Online-Welt in diesem Fall zur Verfügung stehen. Auch hier wieder der Hinweis, ich kann das natürlich in der Desktop-App öffnen und dann sofort am selben Dokument arbeiten. Braucht es also wieder nicht zwischenspeichern. So, dann gibt der Luke Skywalker das Ganze jetzt ab. Er könnte noch andere Sachen hinzufügen. Er sieht auch, wie dieser Text beurteilt wird. Und wie viele Punkte möglich sind. Das Ganze wird jetzt wieder eingereicht. Man könnte diese Abgabe auch wieder rückgängig machen. Das heißt, ich probiere das Ganze jetzt gleich noch einmal aus. Dann kommt man drauf, ja, ich muss noch etwas bearbeiten und habe praktisch dann die Version 2, die Version 3 und so weiter. Gibt es jetzt aber noch einmal ab. Dann sieht man vielleicht auch als Lehrer dann gleich den Verlauf, wie das Ganze sich entwickelt hat. Hier wieder zurück in der Lehreransicht. Also wie gesagt, Luke Skywalker war sehr brav, hat das Ganze abgegeben. Und ich kann gleich reinschauen in sein Word-Dokument, was er hier geschrieben hat. Das haben wir vorher schon gesehen. Vielleicht zeige ich hier noch einmal kurz den Verlauf. Das heißt, wie das Ganze entstanden ist, auch kein Thema. Und hier auch als Lehrer noch einmal die Rubrik Beurteilung. Ich kann hier praktisch sofort den Inhalt bewerten. Ich kann die Grammatik, die Rechtschreibung bewerten, so wie ich es vorgegeben habe. Und dann wird automatisch diese Note berechnet. Hier werden die Punkte eingetragen und kann das Ganze auch wieder sofort zurückgeben. Vielleicht noch ein kleiner technischer Tipp. Diese Dokumente liegen wieder alle am SharePoint und die Aufgaben sind auch dort verortet. Was bedeutet das, wenn ich jetzt ganz einfach einen neuen Schüler in der Klasse bekomme, dann füge ich den einfach hier als Mitglied hinzu und der wird automatisch auch mit diesen Aufgaben versorgt. Ich brauche mich als Lehrer auch nicht darum kümmern, wo das Ganze abgespeichert ist. Oder wenn jetzt ein Lehrer meine Klasse übernehmen muss, füge ich einfach den Lehrer hinzu. Und das ist wirklich praktisch, weil dadurch alles an einem zentralen Ort gespeichert ist. Auch für die Schüler wunderbar dargestellt. Jetzt taucht vielleicht sofort die Frage nach der Übersicht auf. Auch das ist hier wunderbar erledigt. Ich kann hier unter Grades sofort meine Übersicht betrachten. Und hier kommen alle Aufgaben rein, die ich an meine Schülerinnen und Schüler verteilt habe. Man sieht, die Aufgabe 2 ist nur an diese drei Schülerinnen verteilt worden. Und ich kann hier auch sofort die Punkte verändern, kann aber auch auf die einzelnen Ausarbeitungen noch einmal genau reingehen. Und das Ganze gibt mir dann einen guten Überblick, was die Schüler erledigt haben, was nicht erledigt worden ist und bei wem es noch fehlt und so weiter. Wem das immer noch zu wenig ist, der kann natürlich diese ganze Darstellung auch noch nach Excel exportieren und dann weiterverarbeiten in seinem Notenberechnungsprogramm oder wo auch immer. Ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen möchte zum Thema Überblick ist, hier auf der Seite erhalte ich unter den Aufgaben einen kompletten, einen Zusammenfassungsüberblick über alle Aufgaben, die ich als Lehrer gestellt habe. Das heißt, hier sieht man natürlich jetzt nur diese zwei Aufgaben aus meinem Sommersemester 1a Mathematik-Team. Hätte ich jetzt aber mehrere Teams, mehrere Kurse als Lehrer zu verwalten, dann würden hier alle Aufgaben reinkommen, mit denen ich in den letzten Wochen, Tagen, Monaten gearbeitet habe. Und so habe ich auch sauber als Lehrer einen Überblick. Dasselbe gilt natürlich auch für den Schüler. Und das ist schon wieder sehr mächtig, weil dann ein Schüler aus den verschiedensten Kursen, aus den verschiedensten Teams seine Aufgaben bekommt. Und er braucht hier nur auf Aufgaben klicken und sieht, was hat er schon eingereicht, was wurde schon benotet, wo ist er vielleicht schon zu spät an. Also hier unter Aufgaben findet man die Zusammenfassung. Noch eine Ergänzung zu den Aufgaben in Teams. Ich kann natürlich hier sofort vorhandene Aufgaben wiederverwenden, wiederverwerten, kann sie leicht abändern, wenn ich letztes Jahr schon was Ähnliches gemacht habe, kann ich das natürlich wieder weiterverwenden, habe aber hier auch die Möglichkeit, Quizzes hinzuzufügen. Da sind wir in der Office Forms, in der Microsoft Forms Welt. Ich habe hier keine vorbereitet, aber dazu in dem anderen Video noch ein paar Hinweise. Und natürlich kann man diese Aufgaben auch schon vorher erstellen. Man muss sich nicht immer sofort geben, austeilen und ausgeben, sondern man kann es einmal zwischenspeichern und kann dann wieder in späterer Phasen daran arbeiten. Zum Thema Kursnotizbuch werden wir uns gleich noch etwas anschauen, weil das eben ganz eine spezielle Sache ist mit Microsoft Teams, wo ich eben sofort auch ein Kursnotizbuch mitgeliefert bekomme. Ja, wie am Beginn schon erwähnt, haben wir ein ganz spezielles Team erstellt. Wir haben ein Kurs-Team erstellt. Und das sind die Teams, die eben ein Aufgabenmanagement beinhalten und eben auch OneNote Class Notebooks, also die Kursnotizbücher. Und genau das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen noch. Wir haben hier oben im Kanal Allgemein neben den Aufgaben auch das Kursnotizbuch. Und wir werden uns das jetzt einmal ganz langsam erstellen. Ich beginne da immer sofort gar nicht mit einem leeren Notizbuch, sondern schon aus vorhandenem Notizbuchinhalten. Nachdem hier dann schon die Möglichkeit besteht, auch bestehenden Inhalten reinzufügen, ist es sehr praktisch, wenn man dann mit der Zeit immer mehr Dinge gesammelt hat. Ich glaube, das Ganze hier muss ich jetzt nicht breit ausführen. Dazu gibt es andere Erklärungsvideos, was der Platz für die Zusammenarbeit darstellt, was die Inhaltsbibliothek ist. Hier, wie gesagt, der Abschnitt nur für den Lehrer und jeder Schüler. Jede Schülerin bekommt dann ihren eigenen Bereich in diesem Kursnotizbuch. Ich kann hier sofort auswählen, auch im zweiten Schritt, was in die Inhaltsbibliothek noch kommen soll, was der Lehrer braucht in seinem Abschnitt, in seinem eigenen Abschnitt. Ich mache das in der Praxis immer so, dass ich aus meinem Masternotizbuch dann mir Dinge in die Inhaltsbibliothek hole, beziehungsweise dann in meinen Lehrerabschnitt dann meine Vorlagen zur Beurteilung oder andere Protokolle und so weiter. Die kommen dann hier rein in meinen Lehrerabschnitt. Und zu guter Letzt, wie es bei jedem Kursnotizbuch fast üblich ist, kann ich hier auch noch die Bereiche der Schülerinnen und Schüler benennen. Auch hier ein Praxistipp, das hat sich bewährt. Ich verwende hier dieselben Abschnitte, wie ich es auch für die Teams-Kanäle verwende. Das ist nicht automatisch, macht auch Sinn, dass das nicht automatisch ist, aber ich werde hier immer in meinen Klassen genau das verwenden, um den Schülern auch klarzumachen, okay, wir sind gerade im Kapitel Registerkarten oder Kapitel 3 und somit bin ich auch hier im Kapitel Registerkarten, im Abschnitt Registerkarten. Das erleichtert unglaublich viel in der Praxis, wenn das eben dieselbe Benennung ist. Man kann das ja im Nachhinein auch noch alles ändern und auch neu hinzufügen. Gut, dann wird das Notizbuch, das Kursnotizbuch erstellt. Es ist wie gesagt nur unter Anführungszeichen ein eingebettetes Kursnotizbuch hier von OneNote gerade. Also so würde ich gleich dann empfehlen, dass dieses Kursnotizbuch dann auch tatsächlich mit der OneNote App geöffnet wird. Es synchronisiert ja alles auch wunderbar. Eine kleine technische Bemerkung noch dazu. Diese Kursnotizbücher liegen ebenso auf der SharePoint-Welt und das hat wieder viele Vorteile. Wenn ich zum Beispiel hier ganz einfach dann einen neuen Schüler hinzufüge, dann wird der automatisch auch im Kursnotizbuch angelegt. Und des Weiteren, wenn ich jetzt einen neuen Lehrer hinzufüge, ist das auch alles natürlich erledigt. Und ich brauche auch nicht fürchten, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer die Schule verlässt, dann besteht dieses Kursnotizbuch trotzdem weiter, weil die klassischen OneNote Class Notebooks werden ja immer auf dem personalisierten, auf dem persönlichen OneDrive des Lehrers angelegt. Okay, also so schaut das Ganze dann aus. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ansonsten kriege ich geschwind noch einmal zurück. Nein, hier ist es schon. Also genauso wie man das erwartet. Ich habe hier meine vier Schülerinnen und Schüler als Abschnittsgruppen in meinem OneNote Kursnotizbuch. Hier die verteilten Registerkarten, die verteilten Abschnitten, so muss ich sagen. Und natürlich auch als Lehrer sehe ich sofort die Inhaltsbibliothek. Nur für Lehrer und den Collaboration Space, kann das Ganze auch hier sofort herinnen bearbeiten oder natürlich auch im Browser öffnen, beziehungsweise dann gleich mit meiner OneNote App synchronisieren. Ja und auch hier möchte ich euch wieder einen Profitipp geben. Und zwar gibt es in den Kursnotizbüchern ja den Collaboration Space. Und wie ihr hier bei mir schon seht, dort tauchen auf einmal auch diese Kanäle auf. Woran liegt das? Ich schaue ganz einfach hier mal in den Kanal Kommunikation noch einmal rein. Und ihr seht hier die Registerkartenbeiträge, Dateien und auch die Registerkartennotizen. Und diese Notizen, wie man unschwer erkennen kann, liegen tatsächlich in OneNote. Und dort sieht man eben, dass das ein Abschnitt ist, der 1 Kommunikation heißt. Ich mache das Ganze hier noch einmal auf, dann sieht man es besser. Im Collaboration Space sind also einzelne Abschnitte erstellt worden mit dem Suffix Notes. Und das bedeutet, jeder Kanal hat hier unter Notizen seinen eigenen OneNote Bereich. Und das ist sehr mächtig, weil ich dadurch auch sofort hier in den jeweiligen Kanälen auf meine Notizen, auf die kollaborativen Notizen zugreifen kann. Jetzt gibt es aber noch ein Einsatzszenario, das daraus ich in der Praxis realisiert habe, weil zu Beginn glauben dann immer die Schüler, ja das sind meine Notizen und ich kann hier meine personalisierten Notizen aufschreiben und festhalten. Achtung, wie gesagt, das Ganze ist im Collaboration Space. Das heißt, wenn ein Schüler hier etwas reinschreibt, schreibt er es praktisch für alle rein und jeder kann es wieder bearbeiten und löschen. Jetzt kann ich aber als Lehrer folgendes Szenario entwickeln und kann sagen, okay, ich möchte gerne, dass diese Notizen, die ich zu diesem Kapitel, zu diesem Thema 3 hier anlege, dass die hier auch unter Notizen aufscheinen und deswegen gehe ich immer hier rein in Notizbücher verwalten. Das heißt, ich kann dieses Notizbuch wunderbar auch mit gewissen, sagen wir es mal, Regeln einschränken und das Ganze funktioniert ja hier mit Kursnotizbuch, Notizbücher verwalten. So, und hier sieht man schon die Bereiche für die Schülerinnen und Schüler, also die kann man hier hinzufügen und man kann hier auch den Platz für die Zusammenarbeit sperren. Und dadurch sind diese Seiten, diese Abschnitte, die vorher noch von allen beschreibbar waren, jetzt auf einmal Read-only und können nicht mehr bearbeitet werden. Und das Einsatzszenario ist wie gesagt folgendes, so habe ich als Lehrer die Möglichkeit, meine Notizen noch darin zu machen und die Schüler können dann einfach auf den jeweiligen Kapiteln unter Notizen sehen, was der Lehrer hier gemacht hat. Das ist natürlich in einer 1 zu 1 Umgebung dann wieder anderes, also wenn die Schüler ihre eigenen Mitschriften verfassen und so weiter, dann wird das logischerweise in ihren eigenen Notizbuchabschnitten von dem Klassennotizbuch erledigt werden. Also hier zum Beispiel in den jeweiligen Unterabschnitten. Zum Abschluss möchte ich noch einen Einblick in meine Live-Umgebung wagen. Das heißt, hier habe ich meine Hack-Steyer-Teams-Umgebung aufgemacht. Ihr seht die verschiedenen Teams meiner Klassen, das heißt hier die Sommersemester-Teams, die Wintersemester-Teams, ich mache da vielleicht mal ein so ein Mathematik-Team auf. Ich habe hier die verschiedensten Kanäle, das heißt wie schon erwähnt arbeite ich thematisch und wir haben uns heuer mit verschiedensten Themen der Statistik und Wahrscheinlichkeit auseinandergesetzt. Ich habe hier auch mein zugrunde liegt mein Notizbuch, das dahinter liegt, mit dem ich tagtäglich arbeite und wo ich alles, was ich im Mathematik-Unterricht durchführe, auch wirklich sauber protokollieren kann. Es sind die Aufgaben hier dabei, nur damit man sieht, dass das wirklich ganz einfach so wirklich in der Praxis auch läuft. Ich habe auch hier noch weitere Dinge hinzugefügt, möchte hier vielleicht noch auf eines verweisen, dass ich hier ganz gerne, wie gesagt, die externen Inhalte verwende. Hier als Beispiel ein Flipgrip zum Thema Kombinatorik, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Erklärungen abgegeben haben. Also wirklich ganz lustige Dinge sind da auch entstanden. Und so habe ich jetzt für mein Sommersemester schon wieder die Teams angelegt. Wir sind schon wieder fleißig am Arbeiten und habe dann immer sauber einen Überblick. Wird so ein Team dann einmal nicht mehr benötigt, kann ich das Ganze ganz schnell auch verwalten und archivieren. Ich brauche es ja nicht immer sofort löschen, sondern ich archiviere es so lange, bis die Schüler dieser Klasse dann die Schule verlassen haben. Und dann kann man es ja wirklich endgültig löschen. Was man hier auch noch sieht, ist, dass wir auch ein Lehrerinnen-Team bzw. ein Schulentwicklungsteam hier haben. Wir haben auch unsere Professional Learning Communities, sprich unsere Arbeitsgemeinschaften hier abgebildet mit Teams. In den einen passiert ein bisschen mehr, in den anderen ein bisschen weniger. Aber vielleicht noch der Ausblick, ein kurzer Einblick, was ich halt geben darf in das Lehrerinnen-Team. Dort versuchen wir alles, was irgendwie mich als Lehrer, alles was einem Lehrer, einer Lehrerin in der Haag-Steyer angeht, einfach auch wirklich abzubilden. Wir haben hier zum Beispiel unsere Dokumentensammlung. Das heißt, hier kann ich alle Dokumente finden, die ich brauche für meinen Unterricht. Wir haben auch hier unseren Lehrer- und Lehrerinnen-Kalender eingebettet. Es gibt ein paar Tipps und Tricks und was wir zum Beispiel auch tagtäglich verwenden müssen, ist unsere Web-Untersumgebung. Das heißt, hier wird eine externe Webseite eingebettet, wo ich meinen Unterricht protokollieren muss und darf, Anwesenheiten und so weiter eintrage. Also das als ein Beispiel. Wir haben hier auch einen Kanal zum Thema Abrechnungen. Dort ist nichts anderes als ein Forms eingebettet, wo dann der Administrator, das Sekretariat darauf zugreifen kann. Das heißt, ich kann hier ganz einfach meine Förderstunden abrechnen und viele, viele andere Dinge, wie zum Beispiel hier die Reife- und Abschlussprüfung ist gerade wieder bei uns in Österreich sehr interessant. Und da ist nichts anderes als eine Einbettung von verschiedensten Inhalten. Und dadurch versuchen wir unser Schulteam, also unser Lehrerinnen-Team, auch hier tatsächlich für organisatorische Dinge zu verwenden und hier auch die Organisation ins 21. Jahrhundert zu holen. Wie gesagt, wir haben noch Schulentwicklungsteams. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt reinschauen aus diversen Gründen, aber hauptsächlich, um nicht so viele persönliche Dinge zu verraten. Wichtig ist auf alle Fälle, dass diese Entstehung dieser Teams-Umgebung ein Prozess ist. Das heißt, um ein paar abschließende Bemerkungen auch noch zu machen, das ist immer Work in Progress. Hier wird immer weiter gearbeitet. Wir haben hier heuer begonnen, wie schon zu Beginn erwähnt, auch für jedes unserer Klassen, auch diese Klassenteams automatisiert anzulegen. Das heißt, wir haben da mehrere hunderte Teams, die da jetzt im Hintergrund laufen. Manche Klassen setzen das sehr selbstverständlich ein und dadurch haben sie sofort alles in einem Blick. Manche Klassen sind da noch etwas langsamer. Aber so entsteht eine langsame Transformation unserer Schule und dank Microsoft Teams habe ich alles an einem Ort beisammen. Es fangen auch immer mehr Leute schon an, die Chat-Funktionalitäten zu verwenden. Natürlich auch die Kalendersachen. Wir fangen auch schon an, diverse Direktbesprechungen hier unter Anrufe beziehungsweise dann über den Kalender gemanagt zu halten. Es ist immer spannend, in diese Technologien einzutauchen und einfach diese vielen neuen Möglichkeiten auch dann wahrzunehmen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick in das Arbeiten mit Microsoft Teams in der Schule geben. Und ich freue mich, wenn ein oder zwei Tipps dabei waren, die dir in der Praxis weiterhelfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Dabeisein und bin sehr, sehr glücklich, wenn du mir auch Feedback zukommen lässt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Dein Kurt Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal.